Ja Freunde, dieses Video kann sehr, 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 sehr unterhaltsam werden, denn zwei sehr, sehr stabile Leute sind Teil dieses Videos. Und zwar das Format vom Bruder... Naja, da haben wir abschließend ja noch was dazugelernt. War eine sehr, sehr geile Folge. Checkt den Bruder sehr, sehr gerne ab, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt fühlen, denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastag.